Es ist meist so, dass diese Persönlichkeitsstruktur, mit der man im Burnout landet, die sich in der Kindheit schon entwickelt hat, in den allermeisten Fällen betrifft es Menschen, die von ihren Eltern mehr Liebe bekommen haben, wenn sie Leistung gebracht haben. Wenn ich eine gute Zensur nach Hause gebracht habe, war Papa stolz auf mich. Wenn ich irgendwas gut gemacht habe, dann war meine Mama stolz auf mich. Ja, aber ich musste mir stolz immer erarbeiten. Ich bin nicht aufgrund meiner selbst geliebt worden, zumindest nicht so sehr. Sondern aufgrund meiner Leistung. Das heißt, dass ich heute Leistung bringen muss, um liebenswert zu sein. Sie sind liebenswert an sich. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist zu lernen. Und das kann man zum Beispiel dadurch lernen, dass man sich darüber bewusst wird, dass es um die Arbeit rum noch ganz viele andere Dinge gibt, die wichtig sind und die für sie wichtig sind.